Manuela Reimann zeigt sich in der neuen Folge Willkommen bei den Reimanns von ihrer emotionalen Seite. Was ist passiert? Die Reimanns sind seit einigen Wochen wieder regelmäßig mit ihrer Dokuserie Willkommen bei den Reimanns bei Kabel 1 zu sehen. In den neuen Folgen sind die beiden TV-Stars, anders als der Roadtrip aus der vorherigen Staffel, vor allem in Hawaii. Jason und die Kinder besuchen die Reimanns. In ihrem Zuhause gibt es schließlich auch jede Menge zu tun, Conny muss den Pool reparieren, zudem startet Manu mit ihrem Bananenverkauf durch. In der aktuellen Folge, die am Sonntag im Fernsehen läuft und schon jetzt bei Join verfügbar ist, bekommen die Reimanns Familienbesuch. Jason macht mit Kealan und Oliver Urlaub bei Oma und Opa in Hawaii. Während sich Manu sehr über das Wiedersehen freut, gibt es bei Conny gemischte Gefühle. Auf der einen Seite kann er seinen Sohn und seine Enkel endlich wiedersehen, auf der anderen Seite bleibt in diesen Tagen viel Arbeit liegen. Dennoch legt sich Conny richtig ins Zeug und bimmt ein Pool für die Jungs sogar noch einmal auf. Manu bastelt währenddessen mit dem neunjährigen Kealan und seinem sieben Jahre alten Bruder Oliver und geht mit den Kindern shoppen. Highlight des Familienurlaubes ist aber das Kajakfahren mit Conny und Sohn Jason im Meer. Und so gehen die Tage wie im Flug vorbei. Manu Reimann muss flüchten. Als es Abschied nehmen heißt, kommen bei Manu die Tränen. Tschüss sagen mag ich ja nicht so gerne, das ist immer blöd. Aber wenn man wenigstens weiß, wann man sich das nächste Mal sieht, dann ist es nicht ganz so schlimm. Es ist immer schlimm, aber dann ist es nicht ganz so schlimm, so die Blondine. Als sie die Tränen nicht mehr zurückhalten kann, steht Manu auf und flüchtet mit den Worten jetzt kann ich nicht mehr. Conny scheint diese emotionalen Abschiede seiner Frau schon zu kennen, denn er lächelt bei Manus Ausführungen. Immerhin, lange wird es bis zum nächsten Besuch mit Sicherheit nicht mehr dauern.